Feli! Jetzt könnte ich auf sie drauf springen, oder? Oh nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht! Bist du, oh Gott. Ich liege unter, hilf mir einer. Wollen wir in die Höhle gehen? Ja. Oh ja, genau, wir gehen am besten mit dem ganzen High-Quality-Man. Ja, das ist eine gute Idee. Äh, ich glaub, da ist noch nicht mal was Gefährliches. Äh, doch, du kannst ganz gut fallen da drin. Ich fahr schon mal in einer. Oh, das ist voll toll. Ich hab hier so über den... Ich hab so da geguckt, dann bin ich da runtergefallen. Man muss nämlich... Man muss den Aufzug rufen. Ich weiß noch grad nicht, wie. Gleich fall ich da wieder in das Loch, ich seh das schon. Fall du in das Loch. Nein, Waschi! Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin abgerutscht. Das ist jetzt natürliche Selektion, ist euch klar, ne? Was machen wir denn jetzt? Andi, ruft doch nie mal den Aufzug. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wieso. Dann such dir den anderen Eingang. Und jetzt? Ich bin nur verwundet. Ja, wenn ihr nicht krepiert, wenn ich den anderen Eingang finde, kann ich da unten hinkommen und euch hochhelfen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Hat irgendwer was Verbandszeug dabei oder so? Lebst du wieder? Ich bin verwundet. Ja, aber du... Dem muss aufgeholfen werden. Du kannst nicht einfach aufstehen jetzt. Wo ist denn mein... Ich hab mich auch mal regeneriert, währenddessen bin ich trotzdem gestorben. Ja, ich hab acht Leben. Neun. Ist das... Ja, ihr seid gleich weg. Noch lebe ich. Das ist auch nicht wirklich eingezeichnet, so ein Eingang, ne? Ich kann nicht auf mein Inventar zugreifen. Jetzt bin ich tot. Ich lebe immer noch. Schön für dich. Ich höre den Hubschrauber. Boah, ihr Lappen, ey. Ich sag noch, geht nicht so an den Rand, man fällt da runter. Ich dachte... Ich dachte... Ich hätte nicht gedacht... Gibt es gar nichts gefährlich? Was zur Hölle? Ich hätte nicht gedacht, dass man da runterrutscht. Was ist das? Aber Andi, bring es nicht um jetzt. Bitte? Bring es nicht um. Ich hätte dich einfach runter teleportieren können. So, Wasch, wer kommt jetzt mit? Ja, teleportier uns zu Andi. Äh, warte, wenn ich sicher stehe. Jetzt. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Ihr werdet da nichts sehen. Ich höre, ich höre. Ah, Feli! Komm in meine Richtung. Alle anderen Richtungen sind doof. Ich guck dir das mal an. Ich will das. Die Welt muss ich erst aufbauen. Also, wir sind ein Stück weit da drüben. Und ihr habt kein Licht dabei, ne? Doch, klar. Ich habe kein Licht dabei. Na gut, viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Na toll. Aber hier ist eine Höhle. Gucken wir erst mal, ob wir das euch finden. Kannst du nicht so schnell vorlaufen? Wenn wir nur auf Fackeln ausgehen, sagt er Bescheid. Die reichen erst mal. Ich habe jetzt einen Hut. Wie viele Ecken hat der? Drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Ich weiß nicht, wo ihr hin seid. Komm bis euch. Ist das schon die Tick da? Ne, wir müssen noch eine Deck gucken, wo ein Loch ist. Weil vorher haben wir das ja nicht gefunden. Hier geht es weiter. Ich weiß. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hier ist eine Tür. Die Tür kann man nicht benutzen. Wo ist das Loch? Aus dem Loch kommen wir doch. Ist das das? Wir kommen aus dem anderen. Ja, wir kommen aus dem Loch. Wir kommen aus dem Loch? Ja, es gibt ja auch keinen anderen Weg weiter. Okay, dann müssen wir wieder zurück, Vashi. Aber es ging auch noch woanders da oben lang. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier ist nichts. Wir müssen mal wieder in das Loch, wo wir hergekommen sind. Da ist doch noch ein Loch. Achso, da war eine Tür. Die Tür geht nicht. Komm, Feli. Ich habe zwar noch 84 Brennstoffe, aber ewig hält das auch nicht. Dummy, herzlich willkommen zu Rust. Oh, guck mal, ein Stein. Ich glaube, der ist gerade herrlich egal. Wo ist Vashi? Weiter unten. Ach, du bist den Turm weiter runtergelaufen? Ja, ich bin in den nächsten Trümereien. Ihr könnt ja dann noch weiter runtergehen. Äh, wovon redet der Gute? Ich habe noch keine Ahnung, hätte ich gesagt. Loco, ich bin bei dir. Alles gut. Bist du in zwei Reihen, oder was? Nee, ich bin in die Seite tiefer. Dann gehen wir noch einen weiter. Dann gehen wir hier rein. Sieht wirklich nach einem Ort aus, an dem ich sein will. Was zur Hölle? Ich würde mich nicht wundern, wie mir gleich eine Riesenrat entgegenkommt. Ja, ne? Das ist so vorlaut, weil... Ja, wir müssen da rein. Wir brauchen wieder hier raus. Nee, da kann man rein. Okay, dann geh rein. Die Tür geht nicht. Die aber. Loot, loot, loot. Eine Kopflampe wieder. Ja, ich habe schon zwei. Ach so, gut. Ich packe es erstmal ein. Also, wo eine Kerzen hüten habe ich. Ja, ja, genau. Es gibt auch welche mit Stacheln. Hier ist auch ein Loch, ne? Hier sieht es gut aus, glaube ich. Was? Ja, vorsichtig. Bloß nirgends runterfallen, Feli. Nein, ich sage nur, dass nach oben hin ein Loch war. Wo denn? Da. Ja, aber da muss ein Seil runterführen. Bei unserem Loch. Nein, ich habe eine Fackel im Gesicht. Oh Gott. Geil, ne? Also, nach rechts geht auch ein Loch, ne? Ja, lass dich hier weitergehen erstmal. Ich bin ganz unten. Achte darauf, irgendwo muss ein Korb mit so einem Seil sein. Das Gute ist, daran können wir dann auch hoch. Rechts rum erstmal? Ja, erstmal rechts. Links wird es lustig mit diesem Springen. Alter, ich kriege gerade ein bisschen... Weißt du, was ich meine? Ach, das ist sowas, wo man nur runterrutschen kann. So ein Tomb Raider Mist. Ja. Okay, dann kommt der andere Tomb Raider Mist mit dem Springen. Ein bisschen wie Ark, ja? Ja, nur, dass wir keine Endhaken haben. Was ist da unten? Nichts. Man kommt halt wieder hoch. Da kommt man nicht lang. Man muss springen. Also, es könnte einer runterspringen und, äh, dann könnte ich den nächsten Bruder teleportieren. Ne, wenn ich drüben bin, könnte jeder... Kannst du mich... Feli, zu mich? Kannst du auf mich hüpfen? Nein, das ist zu hoch. Wenn ich drüben bin, kannst du sie zu mir teleportieren? Eventuell. Ich hab das nämlich schon mal geschafft hier. Wir müssen uns beeilen. Ja, du stehst im Weg. Entschuldigung. Ja. Ach, warte, jemand. Ganz bisschen zu weit. Ich rutsche dann runter. Okay. Ach, was? Ach, da hat der Shift nicht genommen. Ich dachte, du nimmst die andere Taste. Ja, mein ich ja. Na, gesehen? Warte. Kannst du mich jetzt so an die teleportieren? Ja, jetzt ist grad gut. Oh. Waschi? Ja. Kannst du mich da an die teleportieren? Ach, Feli, du bist schon da, du bist schon da. Ach so, danke. Jetzt? Hier lang. Warte kurz. Ach, Waschi ist auch da. Mhm. Bei dir ging's nicht weiter? Äh, wie kann ich das? Ach, es brennt, oder? Ja. Ich seh nicht, wo du hin bist. Da. Ja, 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 ja. Hier, Rucksack. Zwei Rucksack. Einer ist genau in dem Ding. Ja, das war ich. So, erst mal setz ich Katze rein und wir fahren so hoch, damit sie keine Panik kriegt. Aber da bin ich alleine rum. Okay, dann geh ich alleine rum. Nein. Hast du alles wasch? Äh. Ja? Ich glaube. Tschüss. Oh. Ich weiß nicht, ob er von selbst wieder runterkommt. Doch, der kommt von selbst wieder runter. Ich hab den nämlich das erste Mal hochgeschickt und saß nicht drin und guckt den bis in den und denkt mir so, ich will hier unten nicht sterben. Meine Spitzhacke ist weg. Ach so, die hab ich hier eingesammelt. Hier. Katze. Hier. Okay, der Aufzug kommt wieder. Ja, das war doch toll. Wenn das so weitergeht, brauchen wir jetzt fünf Jahre bis nach Hause. Das Lustige ist, ich glaube, diese Höhlen und sowieso die meisten. Orte sind gar nicht so gute Loot-Orte. Außer man hat diese Karten. Sondern das ist mehr ein Fall von Abenteuer. Ciao, Feli. Können wir das Ding irgendwie blockieren, Jan? Weiß ich nicht. Lass mal versuchen. Wieso? Weil du da unten bleibst. Ich kann das Seil versuchen durchzuschießen. Ich kann doch wieder auf einen anderen Weg rausgehen, oder nicht? Nee, funktioniert nicht. Mist. Wenn du den findest. Ich will auch mal mit da mitfahren. Alter, guck mal, ich hab... Jan, der Pfeil hängt tatsächlich am Seil. Guck dir das mal an. Jetzt guck doch mal. Ja, hab ich gesehen. Ich nehm mir. Feli. Jetzt könnte ich auf sie draufspringen, oder? Oh nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Bist du... Oh Gott. Ich lieg unter, hilf mir mal einer. Jan, lass mich mal wieder runter. Dann kann ich Andi wieder hochhelfen. Oder warte... Du musst einfach nur warten. Du musst einfach nur warten. Ich dachte, ich kann mit dir im Korb landen. Ich hab unterschätzt, wie tief das ist. Ja, aufzudrängeln. Nächste... Drei. Drei Lesepunkte, du noch. Komm schon. Ich komm, ja. Komm schon. Ich kann nicht schneller. Ich lerbe. Ich lerbe ja vor, Lidio. Oh Mann. Aber Andi, warte. Nicht Beute. Nein, aber Spieler helfen geht genauso. Danke. Jetzt hat sich angehört, als wäre Waschbär auch gestorben. Ja, Alter, lass mich mit drauf. Ach, du Arsch. Gibt's was essen? Was heißt das? Oh ja. Hunger. Oh, du verhungerst. Äh, hier. Ja, ich hab's ja jetzt auch verstanden. Verhungerst heißt das. Dir fällt Mist von oben. Was ist denn das? Keine Ahnung. Steine. Danke. Mein Lieblingsspiel. Kennt du doch. Steine werfen. Bist du denn jetzt schon wieder gestorben? Was? Ja, niemand ist gestorben. Ach so, du hast nur ganz wenig Leben. Ja. Aber da ist, äh, ich regelrehe mich grad. Cool. Ja, dann hat er wieder seine Hose ausgezogen. Normal. Hepp rein mit dir. Komm, wir gehen beide rein. Äh, hepp. Das hat nicht geklappt. Du guckst da unten raus. Und ich hör den Hubschrauber. Fahrt hier mal hoch. Ich hab all meinen Napf der Feli gegeben, aber ich hab, äh, 19 Bärenfleisch dabei, was schon mal sehr geil ist. Und über 4000 Steine. Faut sich die Feli. Lächelt. Andi fehlt noch. Ja, ich komm grad raus. Siehst du den Hubschrauber? Ich seh ihn nicht. Nein, er ist noch weit weg. Aber ich hör ihn. Ja, aber er wird richtig laut erst, wenn er in der Nähe ist. Ja, war doch toll. Hat sich doch gelohnt. Ja, war doch toll.